einen wunderschönen sonntag ich habe gestern nicht mehr geschafft noch mal whitewifft zu streamen denn irgendwie bin ich eingeschlafen deswegen das ist natürlich nicht schlimm ich werde überlegen ich werde es doch so überleben so eine runde liegt wieso ist grad so laut oh gott muss man was gucken bei meiner lautstärke nee da muss ich nicht hin okay eigentlich ist es normal meine kopf börsen aber irgendwie leise und keine ahnung so 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich werde jetzt nichts versprechen, denn ich bin so... Ich bin eher wieder spontan. So. Ah, ich bin Mitte. Cool. Ich spiele ihn in der Mitte. Nehme ich Nico oder nehme ich Luchs? Ah, ich nehme es Luchs. Ernsthaft. Ja, heute Morgen habe ich auch ein paar Runden gezockt. Ich habe wieder zwei verloren. Bei der dritte habe ich dann gewonnen. Zum Glück. Zum Glück. Zum Glück. Zum Glück. Ach, nö. Mann. Okay, wie spiele ich denn jetzt in der Mitte? Gott. Ich habe ja noch Zeit, um zu überlegen, aber trotzdem. Wem nehme ich denn jetzt? Wem nehme ich denn in der Mitte? Mit wem könnte ich denn eigentlich gut vorankommen? Eigentlich mit keinem. Ach, ich nehme Neko. Ja, komm. Ich nehme Neko. Wir versuchen es einfach. Ich könnte auch mit Vega, aber... Nein. Ach, Quatsch. Oh, nehme ich Vega? Ach, ich nehme jetzt ihn. Fertig. Egal. Wird schon. Wird schon schief gehen. Ich kann doch mit Seraphine in der Mitte, aber... Nein. Oh, nehme ich doch Neko? Ach, was mache ich denn? Ich glaube eh, dass wir die Runde verholen werden. Das glaube ich jetzt schon. Also Supporter ist der, okay. Ach, ich nehme jetzt Vega und fertig. Ich mache es. Wenn die Situation umgekehrt wäre, würde ich euch gegenüber keine Gnade walten lassen. Okay, was haben die so für Ränge? Ich bin mir aber gespannt. Ja, okay. Äh, okay. Dann doch nicht. Dann doch nicht. euch irgendwie ist ja komisch ok 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 wenigstens darf ich legal die minions kühlen ok ok ich habe lange nicht mal mit vega gespielt auf das merke ich v классen k k k k k k k k Untertitelung des ZDF, 2020 Oh! ich dachte es wäre auch egal wie das ist die pflanze dort am turm das ist wäre jeder keks so zu mana auflösen aber ich gehe zurück zur base das ist Vielen Dank. 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 Nein, 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 nein. Oh, egal. Ich mein, ja, der hat das schon mal was vorgeschwächt, aber irgendwie habe ich es verhauen. Und ich wusste es. Ich bin, ja, der hat das schon mal, ja, der hat das schon mal, ja, das schon mal, ja, der hat das schon mal, ja. Ich bin, ja, der hat das schon mal, ja, Ich bin, ja, der hat das schon mal, ja, der hat das schon mal, ja, hat, und ich, ja, der hat, da hat, das schon mal, ja, ja. Vielen Dank. ich sehe keine hoffnung in der runde ich sehe keine hoffnung ich sehe keine hoffnung ich sehe keine hoffnung ich sehe keine hoffnung Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, juhu. Ich hätte eh keine Hoffnung mehr gesehen in der Runde. Dann nehme ich auf freiweg die Minuspunkte. Ich hoffe jetzt mal auf Support. Ich hoffe jetzt. 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 Ich hoffe. Ich hoffe jetzt. 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 Ich hoffe ja. Ich hoffe jetzt. Ich hoffe jetzt. Ich hoffe jetzt. mir auf diese lehne mit einem ordentlichen partner schon aber mit ja nicht so 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 ich gehe es in die mitte soll sie halt besser spielen so Okay. Das ist ja gut. Vielen Dank. Vielen Dank. ... 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 mal das schöne spiel weil es mir nicht gut gefiel noch mal spielen noch mal verlieren sorry aber das muss zu sein wir werden uns fletzend amüsieren es 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 du 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 Oh, die Katze schnurrt. So, erstmal wieder hier zurück zum Spiel. Nehme ich halt das Fenster. Weil meine Katze mir irgendwie die halbe Tastatur blockiert. Heißt nicht, du sollst abhauen, aber okay und Schuss. Hey, wo gehen die denn hin? Okay, dann gehe ich nach unten. Oh, heute 19.15 Uhr kommt von einem TikToker, den ich ja... Ich unterstütze ihn auch, weil der ist halt so, wie er ist. Und er macht auch guten Tankstellen-Content. Deswegen war heute noch sein Big Match und ja, ich unterstütze ihn so ein bisschen. Warum auch nicht? Er hat es auf jeden Fall verdient. Es ist halt auch sein Finale und ja. Oh, das ist halt so. Ja, das ist das Beste. Vielen Dank. Ich habe schon keinen Bock mehr auf die Runde. Ich habe schon keine 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 Runde. Die Runde kann sein. Ich habe schon wieder eine Runde. Das war's für heute. Okay. na da bra kann ich nicht mehr zu bewegen Vielen Dank. 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 Ich hätte mich gerne bei Teilen gemischt, aber mein Leben ist ein bisschen kritisch. Und ich bin gestorben. Dankeschön. Aber hey, ich konnte ihn ablenken vom Drachen. Und ich bin... 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 Vielen Dank. 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 Ich wünsche euch noch was, einen schönen Restauranttag und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Wo ist das Ende? Mein Ende. Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü mit Ü...